Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum Unboxing der Ladestation, das ist die New Vision, ich habe die gefunden bei Amazon und da habe ich gedacht, Mensch, S6 und S5 ist doch das gleiche, werden wir mal testen. 19,99€ kostet sie, oder hat sie mich gekostet, ich weiß nicht, ob das jetzt anders ist, ob die jetzt schon billiger wird. Mitte soll sie drauf liegen, ok, wir haben eine Anleitung, Happy, haben wir noch eine Not Happy, Happy. Also wenn wir Happy sind, sollen wir hier rauf gehen, dann können wir Sharen und so, Reviews, ok. Und wenn wir nicht Happy sind, können wir hier Kontakt suchen und dann wird uns daher geholfen. Dann haben wir hier ein recht langes USB-Kabel haben wir hier. Der ist wirklich sehr lang, sehr sehr lang, das ist sehr gut. Und dann haben wir hier das Produkt an sich selbst, das ist es. Mehr ist es nicht. Es ist nur dieses runde Ding mit dem Gabel und fertig ist es. Und das werden wir uns jetzt gleich im Hardware-Video angucken, ob es auch so weit funktioniert, wie es funktionieren soll. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin. Um die Flügel aus zu helfen ist es ist es auch nicht nur ein Problem. weil das Problem ab. Und dann aber wir auf alleně Chroniken zu diesen faktorsten. Und dann bitte um die Flügel ausprobieren.